tt 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 ja herzlichen willkommen zurück zu Undertale das Spiel nimmt richtig fad auf und verliert trotzdem seinen Humor nicht und ja wir gucken einfach mal weiter was hier jetzt folgt. Das ist ein komischer Boden deswegen mal gucken hey 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 ja unser Liebhaber it's kind of dark and there isn't it Don't worry, head into the light system and brighten it up. Danke. Was? Oh no! Oh yes! Welcome beauties to the underground's premiere cooking show! Cooking with a killer robot. Preheat your ovens because we've got a very special recipe for you today. We're going to be making a cake. The cake is a lie. The cake is a lie. My lovely assistant here will gather the ingredients. Everyone give them a big hand. Danke, 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 danke. We'll need sugar, milk and eggs. Sugar? Wo is'n Zucker? Das rechts, ne? Rechts oben, Milch is in der Mitte und Eier links. Go for it, sweetheart! You found the sugar. You found the milk. You found the eggs. Yep. Great job! Let's put them in the middle of this counter. Perfect! Great job! Beautiful! We've got all of the ingredients we need to bake the cake. Milk, sugar and eggs. Oh my! Wait! A magnificent moment! How could I forget? We're missing the most important ingredient! A human soul! Oh! Uh... Hallo! Ich kann nicht weggehen! Ring. Hello! I'm kind of in the middle of something here. Wait a second! Couldn't you make a... Couldn't you use a... Couldn't you make a... Substitution in the recipe? A substitution? You mean you use a different non-human ingredient? Why? Uh... Uh... What if someone's... Uh... Uh... Vegan? Hahaha! Hat er nicht gesagt! Hat er nicht gesagt! Oh Gott! Dieses Spiel! Hahaha! Ich liebe dieses Spiel so sehr! Vegan! Das ist ein... Brilliant idea, Alphys! Actually, I happen to an option right here! MTG Brand Always Convenient! Human Soul Flavor Substitute! A can of which... Is just over on that counter! Well, darling! Why don't you go get it? Ich hab dieses Spiel eh. Still fiddling with that microwave, her darling? Can't blame you for being totally in-mort with an electric box. Ähm. By the way, our show runs on a strict schedule. If you can, get the- can in the next one minute. We'll just have to go back to the original plan. So better start climbing, beautiful. Ring. Oh no, there's not enough time to climb up. Fortunately, I might have a plan. When I was upgrading your phone, I added a few features. You see that huge button that says Jetpack? Watch this. What? There! You should have just enough view to reach the top. Now, get up there! Oh no! You're gonna be kidding me. I'm playing Space Fighter? No, I can only go to the left and right. What? Also, ich weiß nicht, wie man dem gerade ausweichen sollte. Das hier geht alles klar, da sind überall Lücken. Aber hier so, wisst ihr? Hier, ich sehe einfach keine Möglichkeit hier durchzukommen, wisst ihr? Das hier geht alles klar. Das sind faire Chancen, die einem hier gegeben werden. Aber hier so, ähm... Ich glaube, wir müssen nochmal machen. Dann rickener die Platz auf. So, ich sehe. Jetzt ricken wir ihn zu, bis jetzt hier. Hallo, ich sehe. Das wird sehen, wie heißt der Lücken beim Dr. Elf. Dann ricken ich nicht. Oh, ich sehe. Ich sehe, dass er sich nicht. Wenn Sie nicht. Dann ricken. Die Sch axis nicht. Oh, yes, about the substitution. Haven't you ever seen a cooking show before? I already baked the cake ahead of time, so forget it. Du kleiner Bastard. Wow, we did it. We really did it. Great job out there, team. Anyway, let's keep heading forward. Click. Griechen sind Kuchen? Wer sind Kuchen? It's a fridge. Strangely warm. Man, ich wollte den Kuchen. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? An ominous structure looms in the distance. You're filled with determination. Ich bin gespannt, wie lange das Spiel geht. Oh, was will der denn schon wieder? See that building in the distance? That's the core, the source of all power for the underground. Converge geothermal energy into magical electricity, but, uh... Anyway, that's where we're going to... That's the core, it's an elevator directly to Eskos Castle. And from there, you can go home. Click. Oh, danke, bro. Danke. Weiß nur noch nicht, ob das so klappt, aber... Please select a location. Right floor 2 und left floor 1. Wir sind gerade right floor 2, ne? Deswegen gehen wir mal in left floor 1. Ja. Okay. Wir speichern nochmal. Wo sind wir denn? Wir sind wieder hier? Wieso sind wir wieder hier? Okay, wir müssen erstmal herausfinden, wo es denn weitergeht überhaupt. Wo ist denn der? Der ist gar nicht hier. Okay, hier geht's also nicht weiter. Dann nicht. Ich verstehe noch nicht so ganz, wo wir jetzt hin sollen. Also, wir sollen ja offensichtlich hier weiter. Ah, jetzt können wir in right floor 1. Da können wir eben noch nicht hin. Hä? Ach, wir waren in right floor 1. Sorry, ich bin blöd. Gut. Hangen wir auch das mal. Okay, was ist hier? Final stretch 2, wieder ein Achievement. Hä? I'm Heath's Flamesman. Remember my name. Was? Immer nochmal hören. Hä? I'm Heath's Flamesman. Remember my name. Heath's Flamesman. Das ist wahrscheinlich wieder gleich ein Quiz, oder? Da können wir nichts machen. Da sind auch so komische Halterungen. Zahnräder. Oh. Hilfe! Posted a picture. Dinner with my girlfriend. It's a picture of a cat girl figuring next to a bowl of instant noodles. Ach. Der hat schon niemanden. Pyrope bounce towards you. Ich glaube, ich habe irgendwo was gelesen von Pazifistenmans. Können wir ja auch mal machen. Ich hätte richtig Bock, dieses Spiel wirklich auszutesten. Und auf viele verschiedene Arten und Weisen zu spielen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Weil dieses Spiel bietet einfach so viel. Was ist das? Every other turn. Oh. Neuer Armor. Mit Wert 11. Das heißt, ja. Manly Padana haben wir dann weg. Und haben höhere Defense. Okay, und hatten wir hier nicht? Hier. Ne. Wir hatten eine andere Box. Hier. Ich werde nochmal hier so einen Ice Cream rausholen. Burnt Pan. Oh, warte mal. Ist das eine Waffe? Weapon. Weapon. Ja, 10. Wie viel haben wir jetzt? 7. Das mal aus. Ihrpptepburned Pan. Kämpfen wir jetzt. Ganz normal. Mit einer Pfannung. Nicht mehr mit Balletschuh. Bis dann 이거. Bis dann geht es. Bis dann geht es. Klingel It's Dr. Alphys! This puzzle is kinda timing based. Y-you see those switches over there? You'll have to press all 3 of them within 3 seconds. I'll try to help you with the rhythm. Click Klingel Scheiße, ich hab verkackt. Was für ein Rhythm, Digga! Digga! Oh man! Ist echt schwer. Da perfekt stehen zu bleiben. Das sieht jetzt vielleicht leicht aus, aber... Man! Mann! Klingel Mann, ich hab... Du Pisser! Du Pisser! Du Pisser! I'm... I'm sure you can handle this puzzle yourself. Kann ich das, ja? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Hä? Hä? Nein! Nein! Ich hab mich verklick! Warte... Wenn ich dann... Okay, das passt. Müsste passen. Richtig? Ja. Passt. Geil. Oh mein Gott! People think Mew Mew 2 is better than Mew Mew 1? Loll... 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 Ok... Was denn hier? Hey, you! Stop! Oh nein, die Wachen! We've, like, received an animus tip about a human wearing a stripped shirt. They told us they were wandering around Hotland right now. I know, sounds scary, huh? Well, um, just stay chill. We'll bring you someplace safe, okay? Nein! Huh? What is it, bro? This shirt they are wearing. Like, what about it? Bro. Are you thinking what I'm thinking? Bummer. This is, like, mega embarrassing. We, like, actually totally have to kill you and stuff. Hey, will ich aber nicht. Ist doch voll cool. Hammer sauber. You attempt to touch Agri's armor. You hand slip off. Like, hands off the merge. Team attack. Ich liebe diese Mokka, Mokka. When ich ihn whisper, you tell, to be honest, with his feelings. Like, what? I don't get it. Mann, Gefühle zulassen. Über Gefühle reden. Sweet purse. Oh, hier. Dann kann ich doch sein Amor clean. This cooling dirt begins to wash away. Getting warmer. Like, prepared to die, right? Was wäre das grüne Ding da? Ist verwirklich voll. Watch your movements. You tell your favorite secret. I want to. Like, perish and stuff. Ich will mal versuchen, ob das wirklich funktioniert, dass man jeden Gegner hier auch schaffen kann, ohne ihn umzubringen. Sweet. Sweat. Dann kann ich ihn noch wieder clean, oder? Getting warmer. Ach, dann nicht, ey. Nee, Mann. Das ist mir jetzt auch zu blöd. Like, perish and stuff. Sorry, Mann. Ich will euch eigentlich nicht töten. Ich google mal, und dann machen wir irgendwann, wenn es Zeitmal übrig ist, oder so im Stream oder so, dann machen wir da mal, ähm, so einen Pazifisten, Mann, wenn das möglich ist. You. Shrek in the set. Nein, ich wollte ihn nicht... Och Mann, das tut mir leid. Ich würde euch alle leben lassen. Oh Mann, der hat... Der hat gar keinen Bock mehr. Verständlich. Irgendwie macht die Pfanne ein bisschen weniger Schaden als die Blatt-Schuh und das ist schwieriger. Aber das war ja mega scheiße. Boah, scheiße. Okay. Tut mir echt leid. You won. Your love increased. Oops, wait, how's the human going? Tut 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 tut. Ach, nee. Nicht schon wieder. Ring. Okay, I'm back. Another dark room, huh? Don't worry. Nein, bitte. My hacking skills have got things covered. Are you serious? Oh, yes. Good evening, beauties and gentle beauties. This is Middleton reporting live from MTT News. An interesting situation has arisen in Eastern Hotland. Fortunately, our correspondent is out there reporting live. Brave correspondent, please find something newsworthy to report. Our 10 wonderful viewers are waiting for you. Basketball is a blast, isn't it, darling? Ich habe ihn erst nicht gecheckt, dass man da hingehen kann. Liest auch mal. Ich kann das jetzt hier nicht, aber liest mal das da unten. Ich bin mir sehr sicher, da stehen auch wieder geile Dinge. Too bad, you can't play with these balls. They are MTT-brand fashion basketballs for wearing, not playing. You can get rich and famous like Moy without beautifying a few orbs. Reporting this one? Oh my. It's a completely nondescript glass of water. But anything can make a great story with enough spin. You put this one? Nee, wir gucken mal noch weiter. Was das? Oh no! That movie script! How... How... Get here! It's a super juicy sneak preview of my latest guaranteed not to bomb film. Mettaton, the movie... Was das? 20... 28. Staring Mettaton. I've heard that like the other films. It consists mostly of a single four-hour shot of rose petals. Show... Show ring on my... Will climbing body. Oh. That's... Not confirmed. You wouldn't... Spoil my movie for everyone with a promotional story. Would you? Report this one? Also, das ist bisher mein... Ähm... Das hier ist bisher mein favorite. Was ist das? Oh la la! Das Videogame you found! It's dynamite! It's entertaining! Though I don't make an appearance in it until three or fours. But I like that! Appearing from the heavens like... Oh, that's Mettaton! Report this one. He reported us. Attention viewers! Our correspondent has found the video game! This action-packed game is guaranteed to blow you away. Strange enemies. Strange allies. Attractive robots. Frittering up to six arbitrary dialogue choices at once. Correspondent. Correspondent. Let's look inside the case. Those red cyclinders with burning fuses. Oh no! This game literally is dynamite. I guess they were right all along. Videogames do cause violence. Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Tickeloschmiede, warte ja! Or at least this one's about too. But don't get too excited! You haven't even seen the rest of the room yet! Oh my! Scheiß Hund! It seems everything in this area is actually a bomb! That stock is a bomb! Das weiß ich! That basketball is a bomb! Even my words are! Pfff! Brave Correspondent. If you don't defuse all of the bombs, this big bomb will blow you to smithereens in two minutes! Then you won't be reporting live any longer! How terrible! How disturbing! Our nine viewers are going to love watching this! Good luck, darling! Ring. Don't worry! I installed a bomb-defusing program on your phone! Use a defuse option when the bomb is in the defuse zone! Now go get them! Defuse the dog! Muss ich das angreifen? Hä? Verstehe ich nicht! Super! Ah, verstehe! Great job! Keep heading around! The room! Try to go! Ja! Hör auf! Nein! Jetzt! Nein, nicht checken! Mein Gott, ich wollte auch gar nicht checken! Jetzt! Geil! Klick hier immer lang! Super! Super! Haben wir geschafft! Ähm... Da! Refuse fail! Man! Nervt nicht! Super! Oh nein! Nur noch 17 Sekunden! Was? Das waren noch niemals 5 Minuten! Irgendwas fehlt noch! Irgendwas fehlt noch! Scheiß drauf! Nur noch das! Okay, geil! Okay, geil! Los! Schaffen wir! Nein! Tick! Nervt mich! Jetzt! Oh mein Gott, das war wieder knapp! Irgendwo dran erinnert mich die Musik! Woher kenne ich den Song? Mein Gott, warte mal! Ist das nicht der Sound von Mitopia? Muss ich noch mal gucken! Wenn ich es herausgefunden habe, steht es vielleicht auch in den Kommis! Well done, darling! You've deactivated all of the bombs! If you didn't deactivate them, the big bomb would have exploded in 2 minutes! Now, it won't explode in 2 minutes, instead it will explode in 2 seconds! Goodbye, darling! Ah, it seems the bomb isn't going off! That's b-b-b-because while you were monologuing, I... 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 Think it's the... I... I... Should change! Oh no! You deactivated the bomb with your hacking skills! Yeah, that's what I did! Curses! It seems I've been foi... Foiled? If I'm gonna kill him... Curse you, human! Curse you, Dr. Alphys, for helping so much! But I don't curse my wonderful viewers for tuning in! Until next time, darling! Wow, you really showed him, huh? Hmm... Hey, I know I was kind of weird at first, but I really think I'm getting more... Um, more, um... More confident about getting you! Yeah, um, so I... Don't worry about that b-b-b-b-dumb robot! I... I'll protect you from him! And if it really came down to it, we could just turn... Um, never mind! Hey, hey, later! Okay. Ähm... Good to know. So! Ich glaube, da geht's weiter. Wo geht denn der Weg jetzt überhaupt weiter? Geht's bei der dicken Bombe weiter? Ne. Okay! Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei Undertale! Ich habe das Gefühl, das Spiel dauert nicht mehr so lange? Fragezeichen? Jedenfalls, ähm... Danke ich! Und, ähm... Mal gucken! Ich glaube, der Roboter wird auch nicht mehr lange überleben! Bei uns Monster! Na ja, bis dennne und haut rein! Bis dennne und haut rein!